Herzlich Willkommen bei den Poker Ressays. Du hast das Konzept von Poddots und die Zusammenhänge zwischen Poddots, Equity und Bad Size verinnerlicht? Oder stellst du dir manchmal die Frage, wie fit du mit deinem Wissen eigentlich für das praktische Spiel bist? In diesem Video stelle ich dir anhand praktischer Beispiele Spielsituationen vor, in denen du überprüfen kannst, wie tief dein Verständnis schon reicht und ob du die Konzepte von Poddots, Bad Size und Equity wirklich verinnerlicht hast. Am Ende jeder Frage hörst du einen Countdown. Nach Ablauf des Countdowns schlage ich dir eine Antwort vor und bespreche mit dir, welche Gedankengänge zu den jeweiligen Lösungen führen können. Wenn du möchtest, kannst du das Video zu jedem Countdown stoppen und dir etwas Zeit für deine Antwort nehmen. Oder du wartest den Countdown einfach ab und vergleichst deine Lösung mit der vorgeschlagenen Antwortmöglichkeit. Fertig? Los geht's! Du betrachtest einen Tisch mit 6 Spielern. MP2 foldet, MP3 foldet, der Cutdown foldet, der Button foldet, der Small Blind und der Big Blind haben jeweils einen Stack von 100 BB, der Small Blind raced auf 3 BB. Welche Poddots erhält der Big Blind für einen Call? Erstens, gar keine, weil die Poddots vor dem Flop nicht berechnet werden können. Zweitens, 4 zu 2 bzw. 2 zu 1. Oder drittens, 6 zu 2 bzw. 3 zu 1. Nach dem Raise vom Small Blind ist der Podd 4 BB groß. Der Big Blind müsste für einen Call 2 BB zahlen und erhält entsprechend Poddots von 4 zu 2 bzw. 2 zu 1. Anstelle zu Callen, überlegt der Big Blind auf 2 Drittel Pod Size zu erhöhen. Welchen Betrag muss er hierfür setzen? Erstens, Raise auf 6 BB, zweitens, Raise auf 3 BB oder drittens, Raise auf 4 BB? Wie viel BB für 2 Drittel Pod Size gesetzt werden müssen, findest du heraus, indem du ermittelst, wie groß der Podd nach einem Call vom Big Blind wäre. Nach der ursprünglichen Erhöhung des Small Blind beträgt der Podd 4 BB und der Big Blind müsste für einen Call 2 BB zahlen. Nach diesem Call wäre der Pod 6 BB groß. 2 Drittel Pod Size wären entsprechend 4 BB. Die 2 BB, die der Big Blind für einen Call zahlen müsste, plus die Erhöhung um 2 Drittel Pod Size, also in diesem Fall um 4 BB, ergeben zusammen 6 BB. Die richtige Antwort ist entsprechend Raise auf 6 BB. Der Big Blind raced also 2 Drittel Pod Size und setzt 6 BB. Welche Poddots bekommt der Small Blind damit auf einen Call? Erstens, 3 zu 2, zweitens, 4 zu 2 oder drittens, 5 zu 2. Nach dem Raise auf 6 BB beträgt der Pod 10 BB und der Small Blind müsste für einen Call 4 BB zahlen. Entsprechend bekommt der Small Blind Poddots von 10 zu 4 bzw. 5 zu 2. Der Small Blind callt den Races Big Blind und der Podd ist 14 BB groß. Auf dem Flop erscheinen das Ace of Clubs, die Ten of Spades und die Tray of Hearts. Der Small Blind checkt und der Big Blind möchte ca. 2 Drittel Pod Size setzen. Wie hoch muss die Bett in etwa ausfallen? Erstens, 6 BB bis 7 BB, zweitens, 7 BB bis 8 BB oder drittens, 9 BB bis 10 BB. 2 Drittel von 14 BB sind 9 1 Drittel BB. Entsprechend sollte der Big Blind zwischen 9 BB und 10 BB setzen. Der Small Blind checkt und der Big Blind setzt mit 10 BB etwas über 2 Drittel Pod Size. Welche Poddots bekäme der Small Blind für einen Call? Erstens, 24 zu 10 bzw. etwas schlechter als 5 zu 2. Zweitens, 15 zu 10 bzw. 3 zu 2. Oder drittens, 12 zu 6 bzw. 2 zu 1. Nach einer 10 BB Bett wäre der Pod 24 BB groß. Wollte der Small Blind diese Bett callen, erhielte er entsprechend 24 zu 10 bzw. etwas schlechter als 5 zu 2 Poddots. In den bisherigen Fragen resultierte eine 2 Drittel Pod Size Bett bzw. ein 2 Drittel Pod Size Race immer in Poddots von 5 zu 2. Kannst du davon ausgehen, dass eine 2 Drittel Pod Size Bett bzw. ein 2 Drittel Pod Size Race immer Poddots von 5 zu 2 ergeben oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle? Glaubst du, erstens, dass in beiden Beispielen die Poddots 5 zu 2 betragen haben, war Zufall? Grundsätzlich stehen nämlich Poddots und Bett Size in keinem Verhältnis zueinander. Oder zweitens, dass wenn du Rake oder sonstige Gebühren vernachlässigst, dann resultiert eine Bett oder ein Raze um 2 Drittel Pod Size bei 2 verbliebenen Spielern immer in Poddots von 5 zu 2 und bei mehr als 2 Spielern werden die Poddots tendenziell größer. Oder glaubst du drittens, Bett Size und Poddots hängen miteinander zusammen, dass eine Bett oder ein Raze von 2 Drittel Pod Size in Poddots von 5 zu 2 resultieren, stimmt allerdings nur für das Spiel Small Blind vs. Big Blind. Wenn du Antwort 2 gewählt hast, dann hast du den Zusammenhang zwischen Bett Size und Poddots wahrscheinlich gut verinnerlicht. Wenn der Rake oder sonstige Gebühren vernachlässigt werden, beträgt der Podd nach einer Bett oder Erhöhung um 2 Drittel Pod Size immer 5 Drittel seiner ursprünglichen Größe. Für den Spieler, der diese 2 Drittel callen muss, ergeben sich daher auch immer Poddots von 5 Drittel zu 2 Drittel, also 5 zu 2. Bei mehr als 2 Spielern werden die Poddots von Caller zu Caller tendenziell größer. Der Small Blind callt die Flop-Bett des Big Blind. Wie groß ist jetzt der Podd? Erstens 24 BB, zweitens 30 BB oder drittens 34 BB. Der Big Blind hatte in einen 14 BB Pod circa 2 Drittel Pod Size, also 10 BB gebettet. Nachdem der Small Blind gecallt hat, beträgt der Podd entsprechend 14 BB plus 2 mal 10 BB, also 34 BB. Am Turn ist der Podd 34 BB groß und es erscheint die Nine of Spades. In dieser Situation bettet der Small Blind mit 17 BB plötzlich halbe Pod Size. Welche Poddots erhielte der Big Blind für einen Call? Erstens 3 zu 1, zweitens 2 zu 1 oder drittens 5 zu 2? Durch die Bette des Small Blind wächst der Podd aus Sicht des Big Blind auf 51 BB an und es sind 17 BB zu callen. Entsprechend betragen die Poddots für den Big Blind 51 zu 17 oder nach Division durch 17 3 zu 1. Als Daumenregel kannst du dir merken, dass eine 1,5 Pod Size Bet oder ein 1,5 Pod Size Race bei nur 2 verbliebenen Spielern dem Caller Poddots von etwa 3 zu 1 bieten. Es wird Zeit, dem Big Blind in die Karten zu schauen. Der Big Blind hält das Ace of Hearts und das Ace of Diamonds und damit mit einem Set Aces die aktuell bestmögliche Hand. Wenn der Big Blind die Bette des Small Blind mit einem 2,5 Pod Size Race beantworten möchte, wie viel müsste er setzen? Erstens ca. 40 BB, zweitens ca. 50 BB oder drittens ca. 60 BB? Für eine Erhöhung um 2,5 Pod Size muss der Big Blind ca. 60 BB setzen. Nämlich um präzise zu sein die 17 BB, die der Small Blind in den ursprünglich 34 BB großen Pod gebettet hatte, plus 2 Drittel des somit auf 68 BB angewachsenen Pods, also plus 45 1 Drittel BB. Ein Race auf 2 Drittel Pod Size würde den Big Blind entsprechend 62 1 Drittel BB kosten, also ca. 60 BB. Der Big Blind erhöht auf 60 BB und der Small Blind callt. Am River ist der Pod 154 BB groß und beiden Spielern verbleibt noch ein Stack von je 23 BB. Es erscheint die Deuce of Clubs, der Small Blind checkt und der Big Blind setzt seine verbliebenen 23 BB all in. Welche Equity muss sich der Small Blind in dieser Situation geben, um einen Call zu rechtfertigen? Erstens ca. 12%, zweitens ca. 22% oder drittens ca. 32%? Der Big Blind hat 23 BB in einen 154 BB großen Pod gesetzt. Die Podouts für den Small Blind betragen entsprechend 177 zu 23 oder ca. 7,7 zu 1. Bei Podouts von 7,7 zu 1 benötigt der Small Blind 1 durch 8,7, also 11,5% und damit ca. 12% Equity, um einen Call zu rechtfertigen. Du erhältst das selbe Ergebnis auch, wenn du den zu zahlenden Einsatz für den Call durch den potenziellen Gewinn dividierst. Also 23 BB durch 200 BB ist gleich 0,115 bzw. 11,5% und damit ca. 12%. Ich habe dir in diesem Video typische Spielsituationen gezeigt, in denen du die Podouts anwenden kannst und du hast dich getestet, wie gut dir dies schon im praktischen Spiel gelingt. Nach jeder Frage habe ich dir dargelegt, mit welchem Lösungsweg du selbst das vorgeschlagene Ergebnis erreichen kannst. Wenn dir das Quizformat gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. In jedem Fall freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche dir viel Erfolg an den Tischen. Bis zum nächsten Mal und wünsche dir viel Erfolg an den Tischen.